Musik Janikus Max, 28, Bebeuchlein wächst und gedeiht prächtig. Erst vergangene Woche verkündete die Göttergattin von Peel Kusmak, 43 ihr gemeinsames Sönchen Emilio Cian, 1, bekommt ein Geschwister Chen. Der 18. Juli wurde vom Arzt als voraussichtliches Geburtsdatum angesetzt, die Soferin ist folglich im vierten Monat schwanger. Dafür hat die einstige Adam Suchte Eva Kandidatin aber bereits eine beachtliche Kugel vorzuweisen. Ob das etwas damit zu tun haben könnte, dass sich die sportliche Schönheit gleich über Nachwuchs im Doppelpack freuen darf, auf Instagram postete die 28-Jährige einen Urlaubsschnappschuss von sich, auf dem sie strahlend ihre gewölbte Körpermitte in Szene setzt. Heute fragte mich eine ältere Dame, die mit ihrer Freundin hier in Mauritius Urlaub macht und mich am Strand beobachtet hat, in welchem Monat ich schwanger bin. Sie würde nämlich tippen, es ist der sechste, begann die zweifach Mama in Spee ihre Anekdote zum Blick. Wenn ich Bilder vergleiche, wie ich bei der letzten Schwangerschaft im gleichen Monat aussah, da war der Bauch fast halb so groß, stellte sie belustigt fest. Was wohl der Grund für ihre beachtliche Wölbung ist? Ich habe schon oft gehört, dass es beim zweiten Kind einfach meistens anders aussieht oder werden es doch Zwillinge, fragt die Beauty mit den blonden Locken verheißungsvoll. .